Hier ist ein Beispiel für eine neue Geschichte über das Geld. Mir gefällt die Idee, dass Geld so verfügbar ist, wie die Luft, die ich atme. Ich mag die Vorstellung davon, mehr Geld ein- und auszuatmen. Es macht Spaß, sich vorzustellen, dass Geld zu mir fließt. Ich kann sehen, wie die Gedanken, die ich über Geld habe, den Geldstrom beeinflussen, der zu mir fließt. Ich bin froh zu verstehen, dass ich mit Übung meine Einstellung zu Geld oder zu irgendetwas kontrollieren kann. Ich merke, dass ich je öfter ich meine Geschichte des Überflusses erzähle, desto besser fühle ich mich. Ich mag es zu wissen, dass ich der Schöpfer meiner eigenen Realität bin. Und dass das Geld, das in meine Erfahrung fließt, direkt mit meinen Gedanken in Verbindung steht. Ich mag es zu wissen, dass ich die Menge an Geld, die ich erhalte, justieren kann, indem ich meine Gedanken justiere. Jetzt, da ich die Formel des Erschaffens verstehe. Jetzt, da ich verstehe, dass ich die Essenz dessen erhalte, woran ich denke. Und am wichtigsten, dass ich jetzt verstehe, dass ich an meinen Gefühlen erkennen kann, ob ich mich auf Geld oder auf den Mangel von Geld konzentriere. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit der Zeit meine Gedanken auf die Fülle und den Überfluss ausrichte. Und Geld wird kraftvoll in meine Erfahrungen strömen. Ich verstehe, dass die Menschen um mich herum viele verschiedene Perspektiven über Geld, über Reichtum, über Ausgaben, Sparen und Philanthropie, Geld zu geben, Geld zu empfangen, Geld zu verdienen und so weiter haben. Und es ist für mich nicht nötig, deren Meinung und Erfahrungen zu verstehen. Ich bin erleichtert zu wissen, dass ich das nicht alles regeln muss. Es ist sehr schön zu wissen, dass meine Arbeit nur darin besteht, meine eigenen Gedanken über Geld mit meinen eigenen Wünschen in Bezug auf Geld einander anzugleichen, in Einklang zu bringen. Und wann immer ich mich gut fühle, habe ich diese Ausrichtung, diesen Einklang gefunden. Ich mag es zu wissen, dass es in Ordnung ist, wenn ich gelegentlich negative Gefühle in Bezug auf Geld habe. Aber es ist meine Absicht, meine Gedanken schnell in eine bessere Richtung zu lenken. Denn es ist logisch, dass Gedanken, die sich gut anfühlen, wenn ich sie denke, positive Ergebnisse bringen. Ich verstehe, dass Geld sich nicht zwangsläufig sofort mit der Veränderung meines Denkens in meiner Erfahrung manifestiert. Aber ich erwarte eine stetige Verbesserung als Ergebnis meiner bewussten Anstrengung, besser fühlende Gedanken zu denken. Der erste Beweis für meine Ausrichtung auf Geld wird mein verbessertes Gefühl sein, meine verbesserte Stimmung, meine verbesserte Einstellung. Und dann werden die wahren Veränderungen meiner finanziellen Situation bald folgen. Ich bin mir darüber sicher. Ich bin mir des absoluten Zusammenhangs zwischen dem, was ich über Geld denke und fühle, und dem, was tatsächlich in meiner Erfahrung geschieht, bewusst. Ich kann die Beweise sehen, der unbestreitbaren und treffsicheren Antwort des Gesetzes der Anziehung auf meine Gedanken, und ich freue mich auf weitere Beweise als Antwort auf meine verbesserten Gedanken. Ich spüre eine starke Hebelwirkung der Energie, wenn ich bewusster mit meinen Gedanken bin. Ich glaube, dass ich auf vielen Ebenen schon immer gewusst habe, und es fühlt sich gut an, zu meinen Herzensüberzeugungen zurückzugelangen, über meine eigene Macht, meinen eigenen Wert und mein es wert sein. Ich lebe ein Leben im Überfluss, und es fühlt sich so gut an, zu erkennen, dass, was auch immer diese Erfahrung des Lebens mich veranlasst, zu wünschen, ich erreichen kann. Ich liebe es zu wissen, dass ich grenzenlos bin. Ich fühle eine enorme Erleichterung darin zu realisieren, dass ich nicht auf Geld oder Dinge warten muss, die sich materialisieren, bevor ich mich besser fühle. Und ich verstehe jetzt, dass, wenn ich mich besser fühle, die Dinge und Erfahrung und das Geld, das ich will, so leicht kommen müssen, wie die Luft in und aus meinem Wesen hindurchströmt. So ist es auch mit dem Geld. Mein Wunsch zieht es an, und meine Leichtigkeit in den Gedanken lässt es hinausfließen. Es gibt keine richtige oder falsche Art, deine verbesserte Geschichte zu erzählen. Sie kann von deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart oder deiner zukünftigen Erfahrung handeln. Das einzige Kriterium ist, dass du dir deiner Absicht bewusst bist, eine sich besser anfühlende, verbesserte Version deiner Geschichte zu erzählen. Viele kurze, sich gut anfühlende Geschichten über den Tag verteilt zu erzählen, verändern deinen Anziehungspunkt. Erinnere dich einfach daran, dass die Geschichte, die du erzählst, die Grundlage deines Lebens ist. Also erzähle sie so, wie du sie haben willst.